Chloé Bourgeois, hier ist das Miraculous der Biene, welches dich befähigt, deinen Gegner außer Gefecht zu setzen. Du wirst es zum Wohle aller einsetzen. Zu deinen Diensten, meine Königin! Wenn wir das hier erledigt haben, musst du mir das Miraculous zurückgeben. Kann ich dir vertrauen, Chloé? Okay, dieses Mal werde ich dich nicht enttäuschen, Ladybug. Holland, verwende mich!